Die Familie Smith hat ihr Thanksgiving in Hawaii verbracht. Aber wir müssen zugeben, Jada hat allen die Show gestohlen. Wir sahen sie im Bikini und sie sah besser als je zuvor aus. Jaden und Willow verbrachten einige Zeit auf ihren Surfboards im Wasser. Und Jada sah umwerfend aus, als sie in der Nähe das Wasser testete. Sie trug einen winzigen Bikini mit einem Zebra-Höschen und einem schwarzen Top. Und wenn sie nicht gerade im Wasser waren, hat Jada ihre Tochter zum Shoppen ausgeführt. Die beiden kauften einige Zeit lang ein und Jada zeigte ihre traumhaften Beine in einem kurzen Rock und Absetzen. Wir haben Willow Smith nirgendwo gesehen, aber der Rest der Familie sah aus, als ob sie ein entspanntes Wochenende verbringen. Aber wem würde es nicht so gehen am Strand von Hawaii?